. . . . . . . Bonjour, bison. Morgen oben findet 15 Nuit des Musées statt. Die Gelegenheit wird besöcher, Museen in einer ganz anderen, nächtlichen Stimmung zu entdecken. Als Hochgeschmack nehme ich mit in den zweiten Fund auf Bilder des Wasserrois. . Das archäologische Haus der Nordvogese in Niederbrunn überrascht Moriet Psycher mit einer neuen Ausstellung. Diese präsentiert die letzten Entdeckungen über die ganz ersten Elsässer. Vom ersten Europäer ist der Jahrhunderteiler. Das ist ungefähr vor 320 Jahren. Das ist schon interessant, das ist schon eine Wille. Und neuere ist natürlich der moderne Mensch, der Homo sapiens sapiens, der sogenannte Chromagnoncum. Und da gibt es im Elsässer Spuren, obwohl man eigentlich noch nicht so alles weiss. Ausgrafungen in Mützig im Unterland und Morschwiller und Wollschwiller im Overland bewiesen, dass die beiden Menschenarten hier 10'000 Jahre lang zusammengelebt haben. Neben dieser Ausstellung schenken die Dauersammlungen des Musées eine wirkliche Zeitlinie, angefangen mit der Steinzeit. Die neueste Entdeckung, wie man sagt, ist bekenzeichnet durch die Steinbeile, die sind geschliffen auf einem Poliswagen. Das ist abrasiv als sonst dann. Und mit diesen Objekten, mit diesen Werkzeugen wurden die ersten Häuser gebührt worden. Von ungefähr 5'000 bis 7'000 Jahren bei unserem Elsässer oder sonst wo. Das kleine Musée bietet jährlich sämtliche Animationen für 1'500 Schülkinder. Nach der Urgeschichte taucht man in die Rehmerzeit, mit unzähligen Geiständen und Statuten vom Gott Merkur. Niederbrand weiss man, die Römer sind ab dem ersten Bitz im 4. Jahrhundert gewesen, haben Bäder gebührt, aber nicht nur. Und es gibt verschiedene Spuren auch, wenn am heutigen Tag uns gebührt wird, wo Elemente und Möhren aus dieser alten Zeit ans Licht kommen. Die letzte Säle des Museums schildern das Mittelalter und seine Burien. Hier oben werden zwei Feierungen angeboten, um halb 8. und um halb 10. Und man darf auch ganz frei im Düsteren rumlaufen. Ich würde jetzt einfach kommen. Ich komme sogar angesprungen. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Wir haben es damals schon mit der Dachalam gemacht, was wir dieses Jahr nicht machen. Und man nimmt es sonst einfach den Besucher in eine Dimension rein, die eigentlich ein bisschen irreell ist. Im Herz von Buswiller beherbergt die ehemalige Synagoge seit 20 Jahren das jettische Elsässische Museum. Das Gebäude hat es auch abgerissen werden, aber ein gebärtiger Buswiller und Urbanistikprofessor, der Gilbert Weil, hat es geredet, sich die ganze Museographie erdenkt und inwendig alles umgemodelt. Also, wenn man reinkommt, ist man im Durchplatz mit einem Stein auf dem Boden. und ein normales Elsässisches Häuschen. Am Fenster ist die Mineral, also das ist ein Zeichen, dass es ein Judenhäus ist. Der Besucher schlendert durch Gänge und Säle und sogar längsere Judegasse, wie man sie in jedem Städte gefunden hat. Es ist ein Spaziergang durch die Zeit zuerst, durch die Geschichte und durch das ganze Leben von den Juden von Buswiller oder von Nord-Elsas. Man erfährt alles über ihre Religion, ihre Schriften, ihre Brüche und auch, dass man immer nur ganz unwichtige Berufe zu gelassen hat. So kleine Occupationsfernungen müssen wir nicht überleben. die Vierhändler, Schruthändler, Brillenhändler, Schere, Schiefer, Neimaschinen, Matratzen machen. Es spricht auch vom Zweiten Weltkreis, von Widerstand und Neugeburt. Das Museum bietet auch Raum für sämtliche Ausstellungen, Konzerte und Konferenzen. Morgen wird das Publikum von zehn nach zehn empfangen. Dann ist es der Schavers. Hier ist ein vierter Tag. Da darf man gar nicht arbeiten und da darf man nichts machen, bis das Nacht ist. Am Ende des Moves können sie zu uns kommen. Wenn sie brav sind, bekommen sie sogar ein heißer Kaffee oder ein warmer Tee. In den 40. Elsässische Musee machen sommer ihren Ofen ihre Teere auf und der Inritt ist frei.